hallo leute heute möchte ich euch diese wunderbare elektrische zahnbürste oral b von braun in diesem fall die ausfertigung professional care ein bisschen näher bringen und dabei kommt es mir darauf an gleich mal zu zeigen wie sich dieser kopf der entscheidend ist der uns die zähne säubert tatsächlich bewegt und das kann man in zeitlupe sehr sehr gut gleich mal miterleben viel spaß unter der zeitlupe kann ich leider keinen ton aufnehmen deswegen einfach nur mal hinschauen ich glaube das macht die ganz gut diese zahnbürste so 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 so